Hallo zusammen, Thomas hier. Heute im RAW Flash wieder vier Themen. Es gibt eine erste Fuji-Kamera mit 400 Megapixeln. Apple hat seinen Wunderprozessor, den M1, vorgestellt und auch gleich die passenden Geräte dazu, die man inzwischen auch kaufen kann. Das Canon R5-Überhitzungsproblem bei 8K ist dauerhaft gelöst und Nikon stellt angeblich nächstes Jahr zwei neue Spiegelreflexkameras vor. Bevor wir uns mit den drei, ne, es sind glaube ich vier, vier Themen beschäftigen, vorhin noch der Hinweis. Dieses Video wird gesponsert von miet-dein-objektiv.de und bei miet-dein-objektiv.de könnt ihr professionelle Kameras, Objektive und das entsprechende Zubehör ganz einfach online mieten. Den Link zu miet-dein-objektiv.de, den findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und mit meinem Rabattcode, den ich euch jetzt hier einblende, könnt ihr bei eurer nächsten Miete, bei eurem nächsten Kauf auch gleich nochmal 10% sparen. Kommen wir zum ersten Thema. Kommen wir zu Fuji und zwar der ersten 400 Megapixel-Kamera von Fuji. Es ist keine neue Kamera, sondern es ist die bereits existierende Mittelformat-Kamera von Fuji, die GFX100. Und der hat man jetzt einen Sensor-Shift spendiert, der über ein Firmware-Upgrade, was denn jetzt, Englisch oder Deutsch? Firmware-Upgrade oder Firmware-Upgrade? So, das letzte gefällt mir besser. Also, der GFX100 hat man jetzt einen Firmware-Upgrade spendiert, sodass man die bestehende Sensor-Stabilisierung dahingehend nutzt, dass man auch einen Pixel-Shift, einen Sensor-Shift verfügbar gemacht hat. Bei Olympus und bei Panasonic Micro Four Thirds Kameras ist das schon seit einer ganzen Reihe von Jahren möglich, um den vergleichsweise kleinen 20 Megapixel auflösenden MFT, Micro Four Thirds Sensor, auch von der Auflösung her stark aufwerten zu können. Ich hatte bis Ende letzten Jahres auch eine Lumix G9, bei der das auch möglich war. Da konnte ich mit dem 20 Megapixel-Sensor 80 Megapixel-Fotos machen. Und die waren auch richtig, richtig gut. Wichtig dabei, und das wird für die Fuji genauso gut gelten, ist natürlich, dass man eine entsprechend hochqualitative Optik dafür nimmt. Das war nicht mit jedem Objektiv, das ich da verwendet hatte, gleichermaßen gut. Also, die Objektive müssen natürlich dann die hohe Sensor-Auflösung dann letztendlich auch mittragen können. Aber wir sind jetzt bei Fuji. Fakt ist auf jeden Fall, dass durch den ergänzenden Sensor-Shift es auf jeden Fall jetzt möglich ist, diese Kamera mit einer wahnsinnig hohen Auflösung auszustatten. Und das heißt eigentlich, und das ist für mich die sehr interessante Botschaft, die da auch noch drin steckt, dass es eigentlich mit jeder Kamera möglich sein sollte, bei jedem Kamerahersteller, der Kameras mit einer Sensor-Stabilisierung anbietet. Denn das nachträgliche Steuern im Zusammenhang mit der Aufnahme kann eigentlich jeder Kamerahersteller. Und ich habe mir das mal angeguckt für meine Nikon Z6 und meine Nikon Z7, stellvertretend für alle anderen Kameras mit vergleichbaren Auflösungen. Meine Nikon Z6, die per se 24 Megapixel auflösen kann, könnte ich mit einem Sensor-Shift, wie jetzt auch bei der Fuji, könnte ich auf 98 Megapixel bringen. Das heißt, ich hätte eine Auflösung von maximal 12.168 x 8.048 Pixel. Würde für mich wahrscheinlich die Z6 sogar schon reichen, für die Auflösung, die ich normalerweise haben will. Oder mit meiner Z7, mit einem 45 Megapixel-Sensor, käme ich auf eine Auflösung von 182 Megapixeln. Und das wäre dann eine Auflösung von 16.512 x 11.008 Pixel. Das ist viel. Natürlich werden die Dateigrößen entsprechend groß. Und ganz wichtig, das Ganze auch bei der Fuji passiert im RAW-Format. Es wird also dann schon intern in der Kamera ein DNG verrechnet. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich durchaus stellen kann, welcher Mensch braucht solche riesigen Auflösungen. Beispielsweise Produktfotografen. Nicht selten wird gerade auch in der Produktfotografie, gerade auch wenn es darum geht, große Objekte, Autos, Motorräder oder vergleichbare Objekte in der Größe, größer oder vielleicht ein bisschen kleiner als Produkt darzustellen und dann später auch Details herauszuschneiden für die weitere Verwendung, werden heute sehr oft immer noch Mittelformat-Kameras verwendet mit einem Capture One Back, das eine maximale Auflösung hat. Also es gibt verschiedene und das größte Hochauflösungszaten Auflösung von 100 Megapixeln. Wenn ich mir jetzt die Fuji nehme, kann ich mit der Fuji noch eine deutlich höhere Auflösung erreichen. Wichtig dabei ist natürlich, dass sich die Objekte nicht bewegen dürfen. Das funktioniert nur, zumindest Stand heute, bei statischen Objekten. Aber in der Produktfotografie ist das ja nur in der Regel kein Problem. Die Produkte bewegen sich auf einem Foto nicht oder sollten sie zumindest in der Regel nicht. Und das Entscheidende und das Interessante dabei ist, wenn ich mir den Preis angucke, so eine Fuji GFX100 ist jetzt zwar nicht die billigste Kamera, die kostet um die 10.000 Euro. Aber so ein Capture One Back mit einer 100 Megapixel Auflösung, alleine das Back, da habe ich noch nicht die Hasselblatt möglicherweise davor, kostet 40.000 Euro. Das heißt, mit der Fuji kann man grundsätzlich deutlich höher auflösende Fotos machen mit einem fast unverschämt günstigen Preis. Klar, 10.000 Euro ist immer noch eine Menge Holz, aber es geht ja an der Stelle vor allen Dingen auch sicherlich um die Produktfotografie und vergleichbare Themen. Architekturfotografie ist auch ein schönes Thema oder auch ein schönes Genre, wo man solche hochauflösenden Fotos auch durchaus sinnvoll verwenden kann. Und auch der Bedarf da ist, ich kann es mir persönlich auch sehr gut für die Landschaftsfotografie vorstellen, denn dann kann ich in vielen Fällen brauche ich gar kein gestecktes, kein Panorama mehr machen, indem ich also mehrere, vielleicht sogar mit mehreren Zahlen fotografiere, sondern ich könnte jetzt gerade bei meiner Z7 mit der maximalen Auflösung ein Panorama von 16.000 mal 11.000 Pixel machen. Das würde in den meisten Fällen schon reichen, wenn man später auch für den Druck eine relativ hohe Auflösung haben will. Also ich finde das sehr spannend und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob beispielsweise Canon, ob beispielsweise Nikon bei ihren sensorstabilisierten Kameras entsprechend nachziehen wird. So, das zu dem Thema. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das, glaube ich, die letzten ein, anderthalb Wochen keinen kalt gelassen hat. Es waren also super Lative im Gespräch, die kann man sich gar nicht vorstellen. Apple hat letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche oder vielleicht vor etwa zehn Tagen, die ersten neun Notebooks in dem Fall und den Mac Mini vorgestellt, der den neuen Wunderchip, den M1 Prozessor hat. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, was die Technik angeht. Das können andere sicherlich besser. Fakt ist auf jeden Fall, Apple hat da wirklich einen ziemlichen Kuh gelandet, in dem wir nämlich ganz grob gesprochen einen Smartphone-Prozessor hergenommen haben, basiert letztendlich also auf der RISC-Architektur, die wesentlich abgespeckter ist als die x86-Architektur, die wir von den Intel-Prozessoren kennen, hat im Prinzip einen Smartphone- oder Mobiltelefon-Prozessor genommen, hat den entsprechend natürlich aufgebaut, aufgewertet, weiterentwickeln lassen und baut den jetzt in seine neuen Produkte, in seine Notebooks, in den Mac Mini ein, vielleicht auch später in die größeren Rechner, wenn es dann mal wieder einen großen Mac geben wird. Oder natürlich auch in die iMacs, die wahrscheinlich die nächsten Jahre rauskommen werden. Das Entscheidende bei dem Prozessor, der kann grundsätzlich alles besser. Und das ist wirklich das Erstaunliche. Der Prozessor, jetzt habe ich aber irgendwie ein Jucken hier im Auge, der Prozessor ist schneller, der Prozessor ist sehr viel leiser, weil er so gut wie nie den Lüfter anwerfen muss, sofern einer eingebaut ist. Der Prozessor ist deutlich stromsparender und der Prozessor ist ausdauernder. Also es gibt eigentlich nichts, was den nicht besser kann. Und ich bin aufmerksam geworden auf den Prozessor bei einem YouTube-Video von Alex Jordan. Das ist der Typ von Simplified.com, der sich mit DaVinci Resolve und mit Videomachen beschäftigt. Und der hatte vorgestellt einen Mac Mini für 699 Dollar und hat den mal mit bis zu 8K Videomaterial versorgt und das lief noch brauchbar. 4K sowieso, sogar mit Color Grading in dem Mac Mini mit 8 GB Arbeitsspeicher, aber schon mit der optimierten Version auf die neue Prozessor-Architektur von DaVinci Resolve. Also da geht unglaublich was. Ich habe bisher nie einen Mac gehabt. Der wesentliche Grund war, mir waren die Dinger einfach immer zu teuer. Immer im Vergleich Mac zu einem Windows-basierten PC, die hätten mich immer ungefähr ganz grob das Doppelte gekostet und ich war nie bereit, das an Geld auszugeben. Ich habe tatsächlich diese Woche schon meinen Finger fast auf dem Kauf-Button gehabt, um mir ein MacBook Pro mit 13 Zoll zu kaufen. Aber das sind jetzt die ersten Geräte. Und es funktioniert wohl auch noch nicht alles so hundertprozentig. Man muss jetzt nicht unbedingt Early Adopter sein. Ich habe es jetzt nicht ganz so eilig. Ich habe Geräte, mit denen ich arbeiten kann, aber ich habe jetzt meine Workstation, die jetzt hier hinter mir steht, habe ich jetzt schon seit sechs Jahren und die ist für Bildbearbeitung immer noch mehr als ausreichend. 80 GB, 6-Kern-Xeon-Prozessor, alles noch wunderbar. Aber mit dem Videoschnitt komme ich in letzter Zeit immer häufiger an die Grenzen und ich muss immer häufiger relativ lange auf das Aufbauen von irgendwelchen Caches oder irgendetwas so was warten und verliere wirklich inzwischen relativ viel Zeit mit dem Warten vor meiner Videoschnitt-Software. Und deswegen habe ich ohnehin vor, mir nächstes Jahr eine neue Workstation zu kaufen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich mir nächstes Jahr tatsächlich meinen ersten Mac kaufen werde, wenn die Preispolitik, und das ist das Nächste, was daran interessant ist, von Apple so bleibt. Denn die Geräte mit dem M1-Prozessor sind nicht nur schneller, leiser, ausdauernder, stromsparender, sie sind auch deutlich billiger als die bisherigen Geräte mit dem Intel-Prozessor. Da macht Apple etwas, was für mich auch an der Stelle überraschend kommt. Sie senken tatsächlich die Preise, weil offensichtlich wohl der Prozessor so preiswert zu produzieren ist, dass man zumindest ein bisschen von den Ersparnissen an den Endverbraucher weitergeht. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was da kommt. Und es wurde schon auch angekündigt auf Mac Rumors, das nächstes Jahr im ersten Quartal ist auch ein MacBook mit 14,1 Zoll und auch das 16 Zoll Gerät wird mit dem M1-Prozessor ausgestattet. Vielleicht wird auch der Mac Mini noch aufgewertet, vielleicht mit 32 GB Arbeitsspeicher, gerade wenn es um das Thema Bildbearbeitung und sowas geht, wäre dann 16 GB, selbst auch in Photoshop, wahrscheinlich ein bisschen knapp. Aber 32, nach allem, was ich gesehen habe, sollten dicke reichen. Und da bin ich mal gespannt, ob meine nächste Workstation von Apple ist. So, also, da bin ich gespannt, was da noch alles kommt. Und jetzt kommen wir zu der Canon R5. Es gibt die ultimative Lösung für die Canon R5, denn das Überhitzungsproblem scheint dauerhaft gelöst zu sein, wenn auch nicht von Canon. Ich war ja schon froh, dass in den letzten Wochen das Thema endlich mal wieder abgeebbt ist, denn es hat ja sich keiner entblödet, sich alle Nasen lang mit dem Thema 8K-Video auf der der Canon R5 und dem Überhitzungsproblem auseinanderzusetzen. Manche auch unablässig. Das war dann manchmal auch ein bisschen arg viel. Und das Thema scheint ein bisschen zur Ruhe gekommen zu sein, nachdem sich alle ausreichend darüber aufgeregt haben. Und jetzt gibt es von DYI, also Do-It-Yourself-Perks, auch ein Videokanal, ein relativ großer Videokanal, gibt es die ultimative Lösung für die Canon R5. Denn es gibt jetzt eine Wasserkühlung für die R5. Oder, die haben noch eine weitere Variante im Angebot. Having a look on eBay, there are all sorts of old computer and laptop heatsinks and fans available for pretty cheap, so getting a set like this and modding it onto a bottom plate to hold it against the back of the camera is all that it takes to now allow for truly unlimited record times, even in much warmer environments. This really does catapult the camera into being a super reliable tool, and although the heatsink makes it big and bulky, it can be removed, which leaves the camera in a seemingly unmodified state for when it's not doing heavy video work. For a bit more elegance though, I designed a custom plate for the bottom of the camera that can be 3D printed, with the goal here being to strike a balance between practicality and video capabilities. It's designed in separate parts, which allows for an internal tripod screw so that it can attach to the underside of the camera, and this space here is for a battery holder and switch. The fan type this is made for is called a centrifugal fan, and I'm salvaging mine from an old laptop. Once glued in place, the top piece can be added, which has some ducts to direct the air. Once fitted onto the bottom of the camera with the tripod screw, these ducts blast the air up against the back of the camera, which cools it down significantly without obstructing the screen when it's closed. When you have a Canon R5 and you have a 3D-Drucker and you are ready, you have a big water tank with to schlepping while filming or filming, then you have the ultimate solution. In all other cases, you buy the R5 and use it so, as you thought it would be. Good. And to the last point, I'm going to Nikon. Nikon Rumors has now verlauten lassen, dass wir damit rechnen können, dass Nikon im nächsten Jahr zwei neue Spiegelreflexkameras auf den Markt bringt. Es ist wohl so, dass Nikon sich doch noch nicht vollständig von den Spiegelreflexkameras verabschiedet hat. Unter anderem wahrscheinlich auch aus dem Grunde, weil wohl immer noch der Verkauf, die Umsätze, die Nikon mit Spiegelreflexkameras erzielt, noch etwa gleich hoch, vielleicht sogar ein bisschen höher sind, als mit den neuen spiegellosen Kameras. Es gibt ja auch deutlich mehr Modelle, die man da kaufen kann. Das heißt wohl, dass sich Nikon dann doch noch nicht vom F-Bajonett verabschiedet und auch angeblich sollen nächstes Jahr noch einige für das F-Bajonett einige neue Objektive auf den Markt kommen. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass zumindest all diejenigen, die unheimlich gerne mit Nikon fotografieren, bei Nikon bleiben wollen und vor allen Dingen diejenigen, die sich nun wirklich gar nicht für Video interessieren. Ich sehe das ja bei mir in den Kommentaren. Es gibt sehr viele, die sagen, wer braucht denn Video? Immer mehr, aber es gibt viele, die wollen gar keine Videos aufzeichnen und wollen gar keine Videos drehen. Die wollen einfach nur fotografieren. Und ich denke, für diejenigen ist das auf jeden Fall, wenn es denn wirklich so kommen sollte, wie es von Nikon Rumors angekündigt oder verlautbart wurde, wenn es wirklich so kommen wurde, sicherlich eine sehr gute Nachricht. - Das war's für heute.